Moin Leute, heute wird es brutal, zieht euch das hier rein. Massive Importe. Deutschland wird über den nächsten Winter kommen, nur dank des französischen Atomstros. Wir sind Nettoexporteur. Weil wir einen CO2-Sprung machen. Wir haben die höchsten Strompreise in ganz Europa. Wir importieren keinen französischen Atomstrom. Die Diskussion war mit sehr vielen fehlerhaften Aussagen auf beiden Seiten gespickt und auch der anschließende Maischberger Faktencheck war teilweise falsch. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Deswegen diese Folge, in der wir mit Hilfe von Professor Burger und anderen Experten die wichtigsten Aussagen auseinandernehmen. Und dieser kleine Kerl hier, der wird heute ziemlich oft zum Einsatz kommen. Also los geht's. Und auf der anderen Seite massive Importe, Stromimporte, Kohlestrom aus Polen, Atomstrom aus Frankreich. Und wenn das die Herangehensweise ist, um wirklich Klimaschutz zu leisten. Okay, fangen wir an. Massiv ist wissenschaftlich nicht so wirklich scharf definiert. Obwohl eigentlich schon. Eigentlich meint man nämlich sowas damit. Gut, aber das war jetzt eher unnützes Wissen. Er meint wohl einfach super duper viel. Schauen wir uns einfach mal an, wie unser Stromhandel mit Polen und Frankreich im Jahr 2023 aussah. Die Balken, die ihr seht, beschreiben hier, wie viel Strom in Terawattstunden in den jeweiligen Monaten importiert oder auch exportiert wurden. Und das sind immer so ein bis zwei Terawattstunden im Monat. Zum Vergleich, Deutschland verbraucht insgesamt so circa 45 Terawattstunden im Monat. Also wir reden hier so von, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier Prozent. Also im niedrigen Prozentbereich. Aber es ist jetzt auch nicht egal. In Rot seht ihr Frankreich und in Violett Polen. Und die letzten AKWs wurden Mitte April abgeschaltet. Also genau hier. Okay, aber hat Blume jetzt eigentlich recht? Naja, wenn wir uns den Import und den Export zu Polen betrachten, also die violetten Balken, dann auf gar keinen Fall. Ihr seht, dass der Stromhandel eigentlich hier nahe zu null ist. Und es ist auch einfach keine echte Änderung ab April erkennbar. Also hier passiert wirklich einfach sehr wenig. Schaut man sich aber Frankreich an, dann gab es ab April schon eine Änderung. Denn es wurde danach mehr importiert als exportiert. Liegt es an den ausgeschalteten AKWs? Ja, vermutlich schon. Aber dazu gleich noch mehr Details. Denn was fehlt, ist eine Einordnung, wie dramatisch das Ganze jetzt eigentlich ist. Denn ihr habt eben gesehen, es handelt sich wirklich eigentlich nur um so einen kleinen Prozentbereich. Trotzdem schauen wir uns das gleich mal in Ruhe an und bewerten das neutral. Summieren wir jetzt einfach mal alles über das Jahr bis August zusammen. Deutschland nach Polen sind ungefähr 0,32 Terawattstunden exportiert, also wirklich alles so zusammensummiert. Und Deutschland nach Frankreich, da haben wir 2,31 Terawattstunden exportiert. So gesehen haben wir mehr exportiert als importiert. Dennoch ist eine Änderung ab April in Richtung Frankreich erkennbar, welche natürlich mit der Abschaltung zusammenhängt. Massiv ist jetzt hier sehr fragwürdig, weil wie gesagt, wir bewegen uns hier irgendwie im einstelligen Prozentbereich. Das ist nicht viel. Eigentlich bewegt sich das auch alles, wenn man mal ganz ehrlich ist, in einem vollkommen normalen Rahmen des normalen Stromhandels. Und was total wichtig zu wissen ist, Stromhandel ist einfach nichts Schlimmes. Weder Export noch Import sind irgendwie schlimm oder dramatisch. Beides ist sinnvoll und vollkommen normal, denn das führt am Ende dazu, dass wir alle relativ günstige Strompreise haben. Also dass wir uns alle austauschen und halt versuchen irgendwie uns da zu helfen. Also so sollte man es eher sehen. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Das werdet ihr im Laufe der Sendung definitiv noch besser verstehen. Lampen ausgegangen, die Industrie, wir sind Netto-Exporteur. Das ist wirklich Fake news, was sie verbreiten. Wir sind Netto-Strom-Exporteur. Ne, Luisa, das tut mir leid, aber so allgemein formuliert ist das nicht richtig. Das hängt insbesondere vom betrachteten Zeitraum ab. Zieht euch nochmal dieses Bild hier rein. Ihr seht hier, wie viel wir 2023 in jedem Monat exportiert oder importiert haben. Und geht der Balken nach oben, wie zum Beispiel hier, bedeutet das Import. Und geht er nach unten, dann bedeutet das Export. Für 2023 liegt Luisa damit einfach falsch. Aber zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr hat diese Aussage gestimmt. Aber am Ende geht es darum, dass das einfach schwankt. Wir können uns hier nochmal 2021 im Vergleich anschauen. Und auch hier gab es Monate mit Import und Export. Wobei der Export meistens überwog. 2021 wäre die Aussage also korrekt gewesen. Zumindest, wenn man das aufs Jahr betrachtet hätte. Aufs Monat betrachtet wäre es auch wieder nicht richtig gewesen. Aber, und das ist eigentlich viel wichtiger als diese ganze Geschichte Import-Export. Diese Fixierung auf diesen Export und Import ist einfach völlig unangebracht. Es findet permanent beides statt. Und wie schon erwähnt, das ist auch gut so. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, und bevor es weitergeht, solche Formate werden wir demnächst öfter bringen. Also wenn du echte Aufklärung und Wissenschaft willst, und zwar wirklich neutrale, dann abonnieren nicht vergessen. Dank des französischen Atomstroms. Und wir importieren keinen französischen Atomstrom. Das stimmt einfach nicht. Ja, nur nochmal zum Vergleich. Massive Importe, Stromimporte, Kohlestrom aus Polen, Atomstrom aus Frankreich. Naja, musst weg, zweimal buzzern. Denn, also wir importieren gar keinen Atomstrom und wir importieren massiv Atomstrom. Ey Leute, also drunter habt ihr es einfach nicht, oder? Also, meine Herren, ey. Wie sehen die Fakten aus? Deutschland tauscht mit elf Nachbarländern ständig Strom aus. Auch mit Frankreich. Und auf dem Bild seht ihr den Handel mit Deutschland. Unten rechts ist Deutschland. Also der Pfeil da unten. Also, hier ist eine Menge los. Und zwar in beide Richtungen. Also das heißt, raus und rein. Ja, das ist einfach so. Warum ist das so? Und ist das überhaupt schlimm? Nehmen wir wieder Frankreich als Beispiel. Es gibt jetzt mal irgendeinen Zeitpunkt X und da war der Atomstrom dort billiger produziert als bei uns. Ja, es gibt, wie gesagt, das wechselt auch sehr häufig. Aber nehmen wir einfach mal an, es war so. Wenn das so war, dann haben wir den Strom dort auch einfach gekauft, weil er dort billiger war. Ja, also das ist halt einfach der Grund im Prinzip. Es geht wirklich meistens nur um den Preis. Und das ist auch, wie gesagt, ganz vernünftig. Umgekehrt passiert das aber genauso. Wenn bei uns der Strom billiger war, kaufen die auch von uns ein und so weiter. Das habt ihr ja eben gesehen. Das ist keine einseitige Sache. Also es ist halt immer ein starker Wechsel da. Und er hängt einfach maßgeblich vom Preis ab. Eigentlich nichts Besonderes. Und am Ende ist es gut für uns alle. Und nochmal, das ist, wie gesagt, ganz überhaupt nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so, als würden wir uns gegenseitig helfen. Deswegen ist diese Debatte in meinen Augen halt wirklich sehr fehlgeleitet. Wir fangen an, ein System zu kritisieren, was eigentlich super sinnvoll ist. Und wenn ihr jetzt denkt, wir kommen ja ohne die gar nicht über den Winter. Oder wir brauchen die auf jeden Fall. Oder es ist halt immer billiger. Dazu kommen wir gleich noch. Also wartet noch eine Sekunde, bevor ihr da jetzt irgendein Vorurteil verfeilt. Okay, hier seht ihr den Handel Deutschlands mit allen Ländern. Die Balken nach oben stellen wieder den Import dar. Und nach unten haben wir exportiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir am meisten von Dänemark importiert. Mit Frankreich schwankte der Handel sehr stark. Also mal war es viel, mal auch fast gar nichts. Und ich bilde mir ein, oder das sieht man glaube ich auch hier, dass ab April schon mehr Import zu erkennen ist. Also ich denke, das sieht man schon. Das wäre der Zeitpunkt der AKW-Abschaltung. Und mit, wie gesagt, hoher Wahrscheinlichkeit liegt es auch genau an der Abschaltung. Das heißt, der Import ist schon angestiegen. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir dröseln das jetzt noch weiter auseinander. Jetzt nochmal zurück zu Luisas Aussage, wir würden gar keinen Atomstrom importieren aus Frankreich. Schauen wir uns das mal an. Wir reden ja andauernd über den französischen Atomstrom. Also checken wir mal, wie viel Prozent haben die denn eigentlich an Kernkraft? So und ihr seht, das sind für 2023 zum jetzigen Zeitpunkt ca. 67% des gesamten Stroms, also der Stromerzeugung. Und also schon der Großteil. Unsere Importe aus Frankreich werden also schon zu einem großen Teil einfach Atomstrom gewesen sein. Also ein paar Elektronen sind einfach rübergekommen aus dem Atomkraftwerk. Das ist ja im Prinzip auch egal. Also das ist definitiv falsch, die Aussage. Die Bundesnetzagentur festgestellt hat, Deutschland wird über den nächsten Winter kommen, was den Strom geht. Aber nur dank des französischen Atomstroms. Die Aussage finde ich sehr, sehr krass und wirklich heftig, da sie Angst und Unsicherheit schürt. Und sowas sollte man in meinen Augen eigentlich nur sagen, wenn man sich ganz, ganz sicher ist. Ganz besonders der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Aber okay, schauen wir es uns trotzdem mal neutral an. Was ist dran? Stimmt es vielleicht sogar? Ihr werdet euch wundern, aber es ist genau andersherum. So wie es nämlich aussieht, kommen die Franzosen nur über den Winter dank Strom von uns. Nein, doch. Wer behauptet denn sowas? Der französische Netzbetreiber RTE. Und der schreibt in seinem Report über die Stromversorgungssicherheit, dass sie im nächsten Winter Strom importieren müssen, und zwar auch von uns, weil der Preis bei denen aller Voraussicht nach sehr, sehr hoch sein wird. Das ist aber auch wieder kein großes Drama. Also auch hier würde ich jetzt sagen, ach, das ist doch gut, wir können uns halt helfen gegenseitig. Es wird auch wieder Phasen geben, wo das umgekehrt ist. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die für uns alle eigentlich irgendwie den Preis senkt. Was sagen denn die deutschen Übertragungsnetzbetreiber dazu? Also die Jungs und Mädels, die es wirklich, 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 wirklich wissen müssen. Ich zitiere mal. Deutschland wird im Winter Nettoexporteur sein. Bei einem kalten Winter wird es starke Exporte von uns in Richtung Frankreich geben. Also ihr seht, auch das deckt sich mit der Aussage des französischen Netzbetreibers RTE. Jetzt müssen wir noch mal Tacheles reden. Sandra, Markus und Luisa. Sandra ist der Vorname von Maischberger. Fragt doch einfach mal die Übertragungsnetzbetreiber. Ey, das haben wir doch auch geschafft. Das war eigentlich nicht so wahnsinnig schwer. Also anstatt jetzt hier irgendwelche Dinge zu verbreiten, die wirklich einfach vollständig falsch sind. Also ich kann das einfach nicht nachvollziehen, wirklich. Kommen wir noch mal zu Blume zurück. Die Bundesnetzagentur festgestellt hat, Deutschland wird über den nächsten Winter kommen, was den Strom geht. Aber nur dank des französischen Atomstros. Wir kommen definitiv durch den Winter. Wir sprechen vom jetzigen Zeitpunkt. Es geht jetzt nicht um den Netzausbau in der Zukunft. Das ist auch eine andere Geschichte, sondern jetzt. Wir haben genug Kraftwerke, um uns selbst zu versorgen. Und wie eben erklärt, sogar genug, um Frankreich noch kommenden Winter auszuhelfen. Hier seht ihr die momentan installierte Leistung. Also das, was wir an Kraftwerksleistung wirklich so maximal zur Verfügung haben. Und es passt genau auf. Da links kommt jetzt noch ein kleiner roter Balken dazu. Und das waren die AKWs bisher. Also ich will euch nur zeigen, damit ihr eine Einordnung habt, wie viel war das eigentlich. Ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so, aber nur damit man mal irgendwie wieder faktenbasiert reden kann. Und klar rechts, die Solarenergie liefert im Winter natürlich nur einen ganz kleinen Teil der installierten Leistung. So ehrlich sollte man natürlich auch sein. Windkraft liefert im Winter aber tatsächlich etwas mehr. Die Aussage, dass wir nur mithilfe des französischen Atomstroms durch den nächsten oder durch den kommenden Winter kommen werden, das ist einfach falsch. Und darum geht es ja hier. Diese Aussage ist falsch. Und für einen Minister im Ressort Wissenschaft, also wirklich unwürdig, finde ich auch. Wie gesagt, wir müssen ja auch immer sehen, wer spricht da eigentlich. Okay, aber ungeachtet dessen, wie stabil laufen die AKWs in Frankreich denn eigentlich? Ich meine, auch das ist für die Behauptung, die er da tätigt, ja sehr wichtig zu betrachten. Ihr seht hier die Verfügbarkeit von französischen Atomkraftwerken im letzten Jahr. Die roten Balken waren Monate, in denen das jeweilige AKW nicht in Betrieb war und grün bedeutet, dass es an war. Auf der rechten Seite seht ihr dann die Prognose, also für den kommenden Zeitraum. So, und ihr seht, dass links wirklich viel rot war auch einfach. Das heißt, da gab es schon viele Ausfälle und ich glaube, das ist halt auch einfach so. Aber wenn man jetzt rechts sieht, die Prognose, dann seht ihr auch, dass es möglicherweise, also wenn man es einfach vergleicht, wahrscheinlich etwas zu positiv ist. Wie sind denn die aktuellen Zahlen eigentlich? Checken wir auch mal das. Die französischen Atomkraftwerke könnten im Idealfall maximal 61,4 Gigawatt Strom produzieren. Aktuell produzieren sie aber nur 38 Gigawatt und geplant waren eigentlich 48 Gigawatt. Also 10 Gigawatt weniger, als sie als geplant war eigentlich. Okay. Für Januar 2024, also nächstes Jahr, rechnet der französische Netzbetreiber RTE mit maximal 47 Gigawatt. Also eigentlich eine ähnliche Prognose wie dieses Jahr. Es geht aber auch jetzt hier gar nicht so darum, ob die Dinger nun irgendwie schlecht oder gut sind oder so. Das will ich hier auch überhaupt nicht in Frage stellen und bewerten. Also darum geht es wirklich nicht. Es geht nur um die Aussage, dass wir dank des französischen Atomstroms durch den Winter kommen. Und das ist einfach falsch und wissenschaftlich nicht haltbar. Und wie gesagt, ich finde diese Aussage so besonders schlimm, weil sie einfach Angst schürt. Und das finde ich in heutigen Zeiten einfach wirklich, das sollte man nicht tun, gerade nicht als hochrangiger Politiker. Damit sollte man eigentlich sehr, sehr aufpassen mit solchen Aussagen. Wir haben die höchsten Strompreise in ganz Europa. Boah, Markus, ey. Ähm, okay. Deutschland lag im zweiten Halbjahr 2022 auf Platz 7 bei den Strompreisen für Haushalte. Also es ist schon mal einfach nicht richtig, was du sagst. Okay, wir liegen also im Mittelwert. Kurz zur Info. Für 2023 gab es zum Zeitpunkt der Videorecherche noch keine brauchbaren Daten, sonst hätten wir euch die lieber gezeigt. Was man aber nicht ausblenden darf für 2022 sind ja auch die Gründe für die hohen Preise damals, die aber natürlich auch für die anderen Länder galten. Durch den Angriffskrieg von Russland sind die Gaspreise bis August 2022 einfach wahnsinnig stark angestiegen. Und seither fallen sie wieder. Warum ist das so? Weil wir uns ja auch andere Optionen gesucht haben, wo wir unser Gas herbekommen. Und auch weil der letzte Winter relativ warm war und daher weniger Gas benötigt wurde als erwartet. Warum aber hängt der Strompreis so krass am Gaspreis? Das passiert durch das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Und das bedeutet, dass quasi immer der teuerste Strom den Preis bestimmt. Und das ist oftmals das Gaskraftwerk, also das sind so die teuersten Kraftwerke, die wir haben. Und daher ist der Gaspreis so stark gekoppelt mit dem Strompreis, wie ihr hier auch sehen könnt. Und ihr seht auch, dass einfach der Strom immer sehr stark an den Gaspreis gekoppelt ist, also der Strompreis. Okay, aber seitdem, also seit dieser ganzen Krise, die damals passiert ist, ist der Strompreis wieder von 70 Cent auf 29,4 Cent pro Kilowattstunde, also für Haushalte gefallen. Und das ist eigentlich schon wieder das Niveau von 2021. Also auch hier wieder mal falsch. Deutschland hat nicht die höchsten Strompreise in Europa. Trotzdem ist es auch nicht das günstigste Land. Auch das kann man sagen. Wir liegen eher so im Mittelfeld. Und beim Klimaschutz ist nichts gewonnen, weil wir einen CO2-Sprung machen, weil wir CO2-freie Energieerzeugung abgeschaltet haben. Der Punkt ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Aber wir schauen uns das einfach mal an, ob wir nach der AKW-Abschaltung einen CO2-Sprung sehen. Denn der Jute Markus spricht ja von einem Sprung, also eine schlagartige Erhöhung in dem CO2-Ausstoß. Ihr seht dieses Bild hier und dort sind die CO2-Emissionen zu erkennen. Nach Abschaltung der AKWs ist eigentlich erstmal gar nichts großartig zu sehen. Also es ist eigentlich jetzt erstmal direkt nichts passiert. Jetzt müssen wir aber ehrlich sein, denn ein paar Einschränkungen hat diese Grafik. Die Grafik beinhaltet Importe und wir wissen natürlich auch nicht, wie sie mit den drei AKWs ausgesehen hätte. Möglicherweise wäre ja der CO2-Ausstoß dann irgendwie runtergegangen. Das wissen wir einfach nicht. Das ist wirklich spekulativ. Also es ist wie gesagt kein einfacher Vergleich. Aber wie schon gesagt, Stromhandel ist auch einfach nichts Böses. Denn eines kann man durchaus sagen, der CO2-Sprung von Markus, der existiert nicht. Also das glaube ich ist falsch einfach. Ja, wie sinnvoll sind solche Formate? Also wie jetzt zum Beispiel Maischberger an sich. Darüber kann man echt streiten. Ich persönlich finde es schon interessant. Also man sieht natürlich diese Personen, die ja auch sehr stark in der Öffentlichkeit sind. Mal wirklich so live und ein bisschen auch in der harten Diskussion. Trotzdem halte ich also ganz persönlich solche Formate auch teilweise für sehr fragwürdig. Warum? Ich habe immer so den Eindruck, dass oftmals Menschen eingeladen werden, die einfach einen hohen Bekanntheitsgrad haben, die aber von den besprochenen Themen keine bis wenig Ahnung haben. Also wie es jetzt hier zum Beispiel der Fall ist. Und ich möchte die beiden jetzt auch gar nicht beleidigen oder so. Ich glaube, die haben schon irgendwie das vertreten, wofür sie auch selber irgendwie stehen und woran sie auch glauben. Aber trotzdem ist es einfach falsch. Ich glaube auch, dass vermutlich sogar Menschen eingeladen werden zu solchen Sendungen, von denen man weiß, dass sie sich richtig zanken werden. Wirklich, machen Sie so immer Politik? Also ich halte mich gerne an den Fakten, Frau Neubauer, im Gegensatz möglicherweise dann zu Ihnen. Und kann man auch darüber streiten, ob das so in heutigen Zeiten so eine sinnvolle Option ist oder ob man nicht versuchen würde, da eher so etwas Konstruktives hinzubekommen, wo genau das eigentlich nicht passiert, sondern wo Leute wirklich auf einer sachlichen Ebene gut miteinander reden und wo man was lernt auch einfach. Lassen wir das erstmal. Warum lade ich Leute ein, die sich besonders zanken oder die besonders berühmt sind vielleicht auch? Ich persönlich glaube, dass man das tut, um Quote zu erreichen. Und wir dürfen jetzt hier nicht vergessen, es handelt sich um ein öffentlich-rechtliches Format. Und was ist denn der Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Formats? Müssen die Programme den Zuschauern und Zuhörern umfassend und ausgewogen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten? Sandra, ob das mit der Information und der Bildung hier so erfüllt war? Hm, weiß ich nicht, Digga. Ja, wie seht ihr das? Schreibt echt gerne eure Kommentare drunter, erzählt, was ihr darüber denkt. Ich fände es total interessant, von euch auch zu hören, wie ihr das seht. Vielleicht sehe ich es auch zu extrem. Naja, wie dem auch sei, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.